Musik Herzlich Willkommen zur Steinexport 2014, Europas größter Demonstrationsmesse für Bau- und Baustoffmaschinen. Hier in Europas größtem Basaltsteinbruch in Niederoffleiden. Wir freuen uns sehr, über 250 Aussteller begrüßen zu dürfen, auf einem Gelände von etwa 180.000 Quadratmetern. Musik Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr nochmal 10% mehr Aussteller begrüßen zu dürfen, wie bei der letzten Veranstaltung. Die Steinexport 2014 ist, wer die letzte Veranstaltung kennt, eine völlig neue Veranstaltung. Wir haben ein komplett neues Konzept der Flächenaufteilung fahren müssen, haben einzelne Baumaschinengruppen verteilen müssen, anders positionieren müssen und hoffen, dass diese wieder eindrucksvoll präsentieren werden. Musik Zum ersten Mal versuchen wir eine völlig neue Form des Besuchertransportes zu machen. Das heißt, wir haben über fast 30 Meter Höhe einen Aufzug gebaut, der die Besucher von einer Fläche zur nächsthöheren Fläche transportiert. Musik Die Steinexport 2014 hat in diesem Jahr erstmals einen Facebook-Auftritt gestartet. Wir wollen damit auch in die neuen Medien hineingehen und damit für junge Leute besonders attraktiv werden. Der Facebook-Auftritt wird permanent upgedatet und die Resonanz ist sehr erfreulich. Musik Die Stimmung in der Bau- und Baustoffmaschinenbranche ist derzeit durchaus gespannt. Nach einem erfolgreichen Jahresstart ist die Auftragslage in den letzten Monaten doch etwas zurückgegangen. Und viele Aussteller erhoffen sich auch durch die Steinexpo einen erneuten Auftragsschub. Wir hoffen auf tolles Wetter für die nächsten vier Tage und hoffentlich mehr als 40.000 Fachbesucher. Musik Bauforum 24 TV Construction in Motion